Mayday, Zombie-Apokalypse. Leute, Mann, was geht denn hier ab? Digga, hier liegen irgendwelche Zombies oder so in diesen Kammern. Alter Schwede, was ist denn das hier? Was machen die hier mit den Dingern? Noel, Mann, ich hab gehört, hier gibt's eine Zombie-Apokalypse. Und jetzt sind hier überall diese komischen Zombies. Hat der Clown an den Händen? Der hat Clown an den Händen, oder? Oh Gott, wir sollen in die Kammer reingehen, hat er gesagt, ne? Ab in den Autopsie-Raum. Oh, nee, ne? Was ist das denn? Alter, das sieht verrückt aus, ne? Der hat ja so ein komisches, gutes Auge. So, geh runter von ihm, geh runter von ihm, geh runter von ihm, bevor du dich ansteckst. Mann, ey, denno. Ich nehm hier mal so ein Skalpell. Okay, einmal rauf hier. Los, Mann, wir operieren den noch mal so ein bisschen. Den Kopf nehmen wir auch noch mal ab. Sehr gut. Wir müssen den Computer nehmen, damit wir den Typen mal scannen können, ne? Wo ist der Computer? Ah, hier. Scannt ihr mich gleich mit? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich hab irgendwelche Rengen-Strahlen abbekommen. Aber, der Scan ist abgeschlossen. Toten Name Slasher. Okay. Also, ne kleine Info, das ist eine Alien-Spezie, die sehr aggressiv ist, ne? Hä? Was ist hier passiert? Ähm, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Leute, wir haben keine Waffen. Was sollen wir tun? Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Ich öffne die Tür, Leute. Let's go. Nein, sie ist abgeschlossen. Was passiert hier? Jack, Mann, lass uns raus, bitte. Ich geh an die Konsole. Ich versuch, das Ganze hier zu überlasten. Oh Gott, die haben ja mal irgendwas eingehauen. Oh nein. Wir müssen auf unseren Kopf aufpassen. Leute, verdammt noch mal, ne? Wie kommen wir hier raus, Jack? Äh, ich bin ohnmächtig geworden. Gottes Willen, Mann, was ist passiert? Strom ist ausgefallen. Verdammt noch mal. Alle Zombies sind weg. Wir haben jetzt eine Taschenlampe auf jeden Fall. Das ist ja schon mal ganz gut. Wir müssen hier irgendwie aus diesem Raum kommen, ne? Ja, woher ist so eine Taschenlampe? Ne, die anderen haben eine Taschenlampe gefunden. Wir müssen die Tür aufbrechen. Okay, macht die Tür auf, Jungs. Hört ihr das? Boah. Danke, Jungs. Ähm. Ihr habt nur einen Skalpell in der Hand. Achtung, brenn. Vorsicht. Zombies. Oh Gott. Oh, Leute, Mann. Wir müssen aufpassen. Oh, nein. Ja, der eine, der rennt halt gut vor auf jeden Fall. Wir müssen dafür sorgen, dass hier die Tür aufgeht. Ey, mach die Tür auf, bitte. Bitte, lass uns rein. Lass uns rein, bitte. Ah, Tür ist auf. Junge, ist hier eine Waffenkammer? Oh, Baby. Ja, Mann. Das klingt gut. Wir müssen das Radio aufnehmen, okay? Wir müssen uns vorbereiten. Die Zombies kommen. Ich save uns, Leute. Wir kriegen eine Radioansage. Wir müssen aufs Dach rauf. Nur auf dem Dach können wir hier rauskommen. Das heißt, wir müssen auf das Dach von dem Gebäude und Generator aktivieren, damit wir die Türen aufkriegen, ne? Oh, mein Gott. Die Bundeswehr will die ganze Fabrik in 10 Minuten in die Luft jagen. Wir müssen hier richtig schnell raus, Bro. Okay. Loading up. Ich rüsste nicht, ich habe mir die Waffe, Bro. Jawohl, Mann. Wir haben auf jeden Fall erst ein paar Knarren am Start. Und pass auf, wir haben auch Munition, ne? Wir müssen gut gucken, aber wir haben jetzt das Equipment auf jeden Fall. Wir haben auch was zu trinken, wir haben noch gegönnt hier. Ich habe doch schon alles. Oh, oh. Ich glaube, da kommt was. Vorsichtig. Ach, du heiliger! Und wie viele das waren. Boah. Ey, wir haben keine Lampe, ne? Oh Gott. Noch mehr von diesen Zombies. Wir müssen schnell durchziehen, oder? Alter, verdammt nochmal. Lass uns hier bloß abhauen, Männer. Ja. Das ist alles dunkel, ne? Mach die verdammte Tür auf, ey. Wir müssen auch immer mal den Strom wiederherstellen. Oh, wir sollen Dynamit hier dranhängen. Okay. Jungs. Dynamit drangepackt. Dynamit hängt, Jungs. Sieht. Eine Minute. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Achtung. Geht in Deckung, geht in Deckung. Okay. Oh, vor hinten. Feuer zum Mist. Der ist noch Feuer zum Mist. Was ist das? Ich habe alles im Blick hier. Wir müssen erst mal gucken. Von der anderen Seite eventuell. Ja. Oh, wir haben jetzt hier mehrere Zombies. Ich gehe hin zu dem Typen. Oh Gott. Ich helfe mich an. Was, Denno? Denno, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh Gott. Geht's dir gut? Dir geht's gut, Denno. Ja, ja. Das war schon eine knappe Kiste hier. Boah, unser Mate hat auf jeden Fall schon ordentlich gefressen. Oh, wir müssen weg von der Tür. Weg von der Tür. Sechs Sekunden nur noch. Der, du bist in Deckung. Komm hier hinten. Ich bin in Deckung. Und Sprengung läuft. Rein da. Achtung. Let's go. Stürmen, 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 Jungs. Okay, okay. Tango hinten links. Ich muss nicht kriegen. Was ist hier? Was ist hier? Mach mal die Macks voll machen, Jungs. Activate the generator. Ja, Mann. Wir haben wieder Strom, Leute. Perfekt. Puh. Okay, was ist hier unten? Achtung, hier liegt einer. Was? Wo? Ja. Oh mein Gott, wir haben ja noch einen Zombie, ne? Okay, wir müssen den Computer aktivieren. Ich mach das, Leute. Ich bin hier nämlich der Hacker. So. Der Bunker geht auf unten. Zombies werden kommen. Wir müssen jetzt gut. Ich halte vorne hier oben. Oh, da kommen welche. Oh, es kommt noch mehr. Sehr gut. Hinten noch welche? Die kommen durchs Fenster. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich hab vorne auf jeden Fall, Leute. Alles cool. Achtung, hinten. Oh, rauf da. Oh Gott. Die machen uns gut zu schaffen, Alter. Wir müssen wirklich richtig aufpassen jetzt. Der Giant-Typ kriegt übel viel Schaden, Bro. Sehr gut. Oh, da kommt noch mehr. Vorne, Vordereingang. Oh Gott, vier sind noch übrig. Tötet sie. Nein. Oh. Die überrennen uns. Verdammt noch mal, Leute. Aufpassen. Ich glaub, einer fehlt uns, oder nicht? Oh Gott. Nee. Sind alle hier, sind alle hier, Jungs. Alle hier. Okay, aber es geht einigen schon nicht mehr gut. Der Kampf fordert viele Opfer. Fokus. Ich hab meine Ult gemacht. Oh oh. Hinten, hinten, hinten. Ah, wir haben vorne erledigt. Hinten kommt. Ich hab den Fokus aktiv. Sehr gut. Ich muss jetzt erstmal nachladen. Ich hab keine Muni mehr, ey. Äh, meine Pistolen-Muni ist auch schon richtig broke. Verdammt. Die Wellen kommen immer. Da kommen immer mehr. Oh oh. Ich hab unseren Mail-Codes gesaved, Alter. Fast wäre hier einer draufgegangen. Oh, komm schon. Also, ich sag dir ehrlich, Bro. Der hat uns doch eh verraten. Der war gemein zu mir in der Cafeteria. Erinnerst du dich noch? Alter, Noel, wie sieht's bei dir aus? Okay, bei dir ist der sogar echt noch ganz gut, Mann. Vorsicht. Die kommen. Es werden immer mehr. Wir werden überrannt. Oh Gott. Hilfe. Ich kann nichts mehr tun, Noel. Du musst mir helfen. Ich kann nicht mehr zurück, ey. Du kommst schnell. Ah, verdammte Zombies. Ich hab nur noch fünf Schuss. Komm rein. Stierf. Stierf. Boah. Bleib hier drinnen. Bleib bloß hier drinnen. Der eine ist da oben noch. Der eine ist da oben noch. Die sind tot. Der eine ist da oben. Alter, Noel. Ich hab keine Muni mehr, Mann. Oh, hier ist ein Medizin-Kid. Du musst erst mal für's Aid-Kid ziehen. Hat jemand Munition? Hat irgendjemand Munition? Hillman? Da unten ist auch nicht Munition. Unten ist Munition. Okay, danke für die Info. Ich hab nur noch ein Messer. Lenz. Ich kämpfe mich vorwärts. Ja. Schlitz. Schlitz. Ach so, denno. Stirb. Brück dich. Oh Gott. Weiter geht's. Wo ist die verdammte Muni? Da. Hier hinten. Drei Läsch nur noch. Komm schnell. Zieh durch. Ich ruf den Fahrstuhl. Let's go. Es sind drei. Du, warum die Munition? Es war nur noch drei übrig, glaub ich. Jawoll. Ja, ich hab schon. Ich hab schon. Alles gut. Ach du Heiliger. Ja, die ganzen Charter jetzt. Komm doch bestimmt noch mehr, ne? Jo, kommen ganz viele. Von oben ab. Oh, Heiliger. Komm schon. Ich würd gerne wissen, was passiert, wenn... Okay. Einer fehlt. Und es muss doch einer fehlen. Es ist einer auf jeden Fall draufgegangen. Vermutung, vermute ich. Puh. Rechts, Charter. Der kennt sich selber. Ich werde immer mehr. Verdammt. Oh, du Heiliger. Wir müssen hier hinten bleiben. Leitz ist fast tot, Bruder. Oh, sie überrennen uns. Komm schon rein da. Puh. Links kommt noch. Okay, Leute. Wir haben es fast geschafft. Der Fahrstuhl kommt gleich. Okay. Hier ist ein Medikit. Ich schnapp mir Munition. Lieber ich als die. Oh, oh. Geh weg. Leute, das wird jetzt eng. Das wird jetzt eng. Bro. Rauf da. Da sind zu viele. Oh Gott. Da ist irgendein. Da ist irgendein. Super Zombie. Oh, oh. Oh, oh. Drauf halten. Drauf halten. Gott. Oh, Gott. Nein, ich sterbe. Ach so. Einfach rennen. Einfach rennen. Einfach rennen. Bro, rennen ist nicht so einfach. Ja, da kommen immer mehr. Wir müssen den Dicken, glaube ich, machen. Bin tun. Ah, Hilfe. Nein. Oh Gott. Noel, schieß drauf. Schieß auf den Dicken. Schieß auf den Dicken. Schieß auf den Dicken. Komm, 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 komm. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Eine Sekunde nur noch. Ich bin weg. Oh Gott. Nein. Zu viele. Der Fahrstuhl ist da. Ich bin auch da, Deno. Oh. Oh. Wir haben es geschafft. Wir sind entkommen, Bruder. Wie haben wir das denn noch geschafft, bitte? Leute, das war es mit einer weiteren Folge von Roblox mit der Zombie-Invasion. Und es war übelst interessant. Es gibt noch mehr von diesen Geschichten. Falls ihr mehr wollt, Hashtag Zombie in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und ja, abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Digges Küssling geht raus. Deno. Out.